Durch das Verhör erhaltene Koordinaten bestätigen eine Ölbohrinsel 400 Seemeilen vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Bohrinsel ist nicht mehr aktiv und wird vom Kartell als Schmuggelwareversteck benutzt. Nordwestlich davon ankert ein Frachtschiff. Die Aufklärung hat gemeldet, dass ein großer Container vom Schiff auf die Plattform gebracht wurde. Der Container befindet sich oben auf der Plattform. Wir denken, das ist die Rakete. TF-141, Colonel Vargas und Shadow Company gehen mit drei Bootsteams für die simultane Übernahme der Ziele rein. Ghost leitet den Angriff auf das Schiff. Grave, Soap und Alejandro greifen die Bohrinsel an und entschärfen die Rakete. Alle Schützen gehen ohne Rücksicht vor. Sie haben Befehl, alle Bedrohungen auszuschalten. Wohrinsel voraus! Okay, das ist unser Ziel! Shadows 1 und 2 zu den Einhackpunkten! Laden wir uns selbst ein! Alle Stationen, Schiff in Sichtweite! Verstanden! Andere vorbereiten! Bleibt auf dem Frank! Wenn Valeria nicht lügt, gehen wir an Bord, sichern und entschaffen die Rakete! Und wenn sie lügt! Gott hilf ihr! Gott hilf uns allen! Reich sein für alles! Könnte eine Falle sein! Kommando, wir sind bereit! Verstanden! An die Arbeit! Ich bin eingehakt! Auf und auf sie! An alle Shadows, die Rakete ist auf dieser Plattform. Ich will eine vollständige Eindämmung. Und damit willkommen zurück zur COD Modern Warfare 2. Und wir sind hier auf der Bohrinsel und brechen jetzt ein, um die Rakete zu entschärfen. Und das ist ja die Zweite, die wir jetzt gefunden haben. Und los geht's! Mein Katarler! Hat ihr alles eingenommen? Komm gesichert! Komm raus! Gesichert! Zero 1! Unterwegs des schützländischen Trittes! Flüchtet! Gerechte Seite! Ich komme, Leute! Smile! Alles klar! Okay, ausgeschaltet! Habt ihr gut gemacht? Sicher! Können wir ein bisschen schneller laufen, weil ich möchte auch noch verschießen. Nein! Skillman! Yo! Skillman! Der Skillman macht hier alles weg. Ghost! Sind unterwegs zum Hauptdeck. Wie ist dein Status? Gehen jetzt mit Shadow 3 an Bordelchef! Flashlight! Ich hab Flashlight reingemacht. Ja, ich hab doch schon Flashlight reingemacht. Hätten die mal nicht gewartet. Junge! Wir müssen uns beeilen. Alter Alejandro! Ich will die Shadows ausschwärmen. Ich will den Container sofort überwachen. Alter, Alejandro hätte vielleicht warten können. Mann! Jetzt hab ich vorhin eine Flashlight in mein Flaschen bekommen. Ghost! Sie signalisieren dem Schiff! Sie werden die Rakete starten! Fuck! Wir müssen uns beeilen! Wir haben noch Zeit! Alle Shadows! Alle Shadows! Raketen jetzt auf dem Helipad! Ja, ich beeil mich schon! 3-1! Wir greifen an! Gib uns Deckung! Warte! Ich geh vor! Gut! Ringe nach oben vor! Alles gesichert! Ich geh hoch! Ich brauche Hilfe im Flur! Boah, fuck! Hier sind viele! Sicher! Geh nach oben! Gesichert! Okay, dann auf nach oben! Kommando, hier ist Shadow 1. Bohrinsel gesichert. Rücken jetzt zum Container vor. Verstanden. Bestätigen, wenn das Ziel neutralisiert wurde. Öffnen! Gut. Ja! Wo ist die Steuerung? Auf dem verdammten Schiff! Kommando, es gibt ein Problem! Rakete ist scharf! Die Steuerung ist auf dem Schiff! Sie haben Ihre Befehle, Junge! Die Rakete darf nicht starten! Alejandro, Feuerschutz! Soap mir nach! Wir gehen auf das Schiff! Ich gebe euch Deckung, Hermano! Einhaken, Sergeant! An alle Einheiten! Raketensteuerung gesichtert! Ich wiederhole! Raketensteuerung auf der Brücke! Verstanden! Los, los, ausrücken! Ghost, hier ist 0-1! Wieder im Wasser! Nähern uns eurer Position! Verstanden! Wir stehen unter Beschuss! Euer Empfang wird heiß! Verstanden! An Deck müssen wir zur Brücke! Schnell! Wir sichern die Steuerung und stoppen die Rakete, klar? Wie kommen wir an Bord? Über die Rappe! Festhalten, Sergeant! Oh, fuck! Oh, schnell raus, ihr! Ja, scheiße! Fuck, fuck, fuck! Schürzen wir uns ins Feuergefecht! Ja, will ich auch sagen! Los, los, los! Oh, fuck! Hier bewegt sich das Schiff die ganze Zeit! Die Raketensteuerung ist auf der Brücke! Wir müssen den Start verhindern! Alejandro, Seite von der Bohreinsel aus Wache! Wir rücken nach oben vor! Verstanden! Okay, rücken Sie aus! Alter, ich muss hier aufpassen, die ganzen Container schwappen hier rum! Ach, fuck! Oh, Scheiße! Alter, ich hab den noch getötet! Wer kippt! Acht auf die Container! Die Bewegung! Ja, achte auf die Container! Die machen mich gleich weg! Oh, Mann, oh, Mann! Da vorne! Weg! So, hier durch! Oh, mein Gott! Ich hab keine Muni mehr! Ich muss die andere Waffe nehmen! Au, au, au! Oh, nein! Nicht wegkratzen lassen! Ich wär fast zerklatscht worden! Oh, Alter! Was hast du denn für ne krasse Shotgun? Schnell in Deckung gehen! Ja, geil! Da kann ich ja nichts machen! Boah, ich bin in Panik, Alter! Mann, ein Meter! Ja, geil, wo das Spiel schon mal gespeichert hat! Warte, da oben war doch einer! Ja, da ist er! Der lebt noch! Das sind wir! Klade nach! Na, fuck! Diese Scheiß-Container, Alter! Würden die hier nicht rumschwappen, dann wär das das beste Level! Nein, wär's nicht! Da oben war auch noch einer! Ja, ausgeschaltet! So, ich geh rein! Ich mach den aus! So, ausgeschaltet! Sie haben den Zugang zu Brücke verriegelt! Sicher das Deck und wir sprengen die Tür! Ja, verstanden! Gesichert! Und jetzt? Ja, ist da noch einer? Ah, jetzt gesichert! Ich seh den Brückeneingang! Sieh nach! Die Steuerung liegt dahinter! Okay, zurück! Hier ist Shadow 1! Spreng den Brückeneingang auf! Und? Drei, zwei, eins! Eins! Spreng den Brückeneingang auf! Auf der Brücke! Okay! Los, 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 los! Okay! Ich folge Grace! In den Korridor! Gebe Deckung! Okay! Ausgeschaltet! Zweite ausgeschaltet! Bewegung! Wohnzimmer gesichert! Oder auch, was man das hier nennen kann! Positiv! Ja, wir leben alle noch! Hier ist Shadow 1! Rücken zum zweiten Deck vor! Kontakt! So! Ich bin mit dir! In den Korridoren flankier sie! Ja! Okay, ich mach Flashlight! Das war's! Alter, das war voll geil! Schlaf gut! Warte, da vorne ist doch auch noch einer! Okay, ausgeschaltet haben die! So, dann gehen wir hier durch! Sicher! Warte, Flashlight! Pass verdammt nochmal auf, wohin du schießt! Granate! Oh, scheiße! Die haben Granate geworfen! Warte, zurückwerfen? Nein, jetzt hab ich Semtex geworfen! Raum gesichert! Freche Mist, Kerle! Ich wollte keine Semtex werfen! Schießen, Alejandro! Bestätigt! Viereralte Katala in den Erden! Roger, bereit halten! Vorsichtig! Ich schmeiß Semtex! Gesichert! Hallo? Ah, da sind sie! Okay, und was jetzt? Okay, haben die Steuerung! Klicken und sein! Komm schon, Baby, komm schon, Baby, komm schon, Baby! Fuck! Wir können sie nicht entschärfen! Wieso nicht? Es ist zu spät! Gibt es keinen Abbruch, Code? Tja, also dieses Fenster hat sich wohl geschlossen! Gold Eagle, hier ist Shadow 1! Rakete ist in Startphase und zündet gleich! Bitte komm! Ja, verstanden, Shadow! Dann müssen wir sie sprengen! Verstanden, Kommando, bitte warten! Soop, ran an die Steuerung! Wir müssen das gemeinsam machen! Jetzt tickt die Uhr, also müssen wir uns sputen, Bruder, okay? Ja, verstanden! Sein Mann, Job, Soop! Bin drin! Ran, erledigen, Kommando, sind an der Steuerung! Was ist der Befehl? Geben Sie den SNS-Code ein für die Detonation! Was ist ein SNS-Code? Sprengung nach Start! Wir zerstören die Bohrinsel mit der Rakete! Alejandro ist noch dort mit den Shadows! Alle Einheiten, räumt die Bohrinsel! Wiederhole, räumt die Bohrinsel! Leute, wie viel Zeit haben wir? Eine Minute! Verstanden, in Bewegung! Los, an die Steuerung, Soop! Ja, okay. Aktiviere den Diagnosemodus, um den Lock-In zu umgehen. Soop drückt die Tasten Clear und Mode gleichzeitig. Clear und Mode... Äh, warte, E und C. Clear und Mode drücken, Sergeant. Hab ich! Erledigt! Moment, was passiert hier? Nur etwas Technik-Magie. Okay. Jetzt brauche ich die letzte Ziffer in Reihe 2, Spalte 1. Reihe 2, Spalte 1. Äh, C. C. C wie Charlie. Perfekto. Jawohl! Ziel ist New Orleans. Nicht mehr. Ziel aktualisiert. Drück Execute und das war's. Okay. Okay. Genießen wir unser Werk, Sergeant. Und Abschuss! An alle! Achtung, gleich knallt es! Rakete abgefeuert! Seht euch diesen wunderschönen Scheißer! Heiliger verdammter Scheißer! Alejandro, alles okay? Heilige Mutter Otis! Das war der Wahnsinn, Mann! Alles okay? Bestätigt. Und ihr? Hier ist alles gut, Hermano. Gold Eagle, hier Shadow 1. Treffer! Treffer! Rakete und Bohinsel zerstört! Verstanden, Shadow 1. Gut gemacht. Jetzt raus da und nach Hause. Soap, Ghost, danke für die gute Arbeit. Verstanden, Kommando. Zurück zur Basis, Männer. Ha, 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 ha. Puh! Puh! Was ist das? Nur die unmittelbare Zukunft. Trete zurück. Was? Ganz recht. Bist du irre? Das ist meine Basis. Keine Basis. Es ist eine beträchtliche Geheimanlage. Und ich mag sie, also. Nehme ich sie. Ihr wurdet freigestellt. Danke für eure Dienste. Nein, 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 nein. Du kannst mir nichts befehlen. Hat nicht Valeria sowas gesagt? Da frage ich mich doch, was ich sonst noch wissen sollte über deine Verbindung zum Drogenhandel. Was zum Teufel hast du gerade gesagt, wenn der... Es ist zu weit, Graves. Tut das nicht. Tut das nicht. Ich will kein Blut vergießen. War das eine Drohung? Soldat, ich bedrohe nicht. Ich gebe Garantien. Also ganz locker. Ich rufe Shepard. General Shepard lässt schön grüßen. Er wusste, ihr würdet das nicht gut aufnehmen. Wer weiß davon? Er hat mich zum Befehlshaber dieser Operation gemacht. Also haltet alle den Ball flach. Zeit, dass die Profis hier übernehmen. Und warum tun wir noch so, als hättet ihr irgendetwas zu sagen? Ich habe Befehle. Und ihr jetzt auch. Und für wen hältst du dich eigentlich? Cabron! Meine Männer sind da drin! Ich fürchte nicht. Deine Männer wurden... verhaftet. Braves, was soll das? Held weg! Lass doch mal! Los, Johnny! Verschwender! Samt! Geh! Hörst du, Ghost? Das war ein großer Fehler, Bruder. So hätte es nicht laufen müssen. Findet sie!